Hallo, willkommen zu meinem Video. Ich hab mal eine Internetseite gemacht, die ist noch im Aufbau, aber ich will, dass ihr die auch mal kennenlernt. Also, mr.tv.de. Ja, geht einfach mal drauf. Die ist ganz neu. Natürlich hab ich da bis jetzt noch nicht viel. Ich hab da jetzt echt das Home gemacht und die Linkliste und die Linkliste sind zum Beispiel Fütter. Jetzt. Und, ähm, wieder zurückgehen. Und natürlich YouTube. Ja klar. Ja. Dann, ja, guckt euch die einfach mal an. Ich stehe den Link in die Beschreibung. Ja. Die ist dort noch. Ähm, ihr könnt ja mal als Kommentar ein Video, Wunsch schreiben. Okay.